Hi und herzlich willkommen zurück zu Stardew Rally. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht allzu lange warten müssen auf dieses Let's Play. Aber hatte halt auch das andere Projekt angefangen, Ory and the Blind Forest. Demnächst steht was Großes an bei mir, denn wir haben bald auch die 100 Abonnenten geschafft. Das heißt, ein 100 Abonnenten-Special. Was dann noch alles so geschieht, das werde ich dann, wenn es soweit ist, in einem Video verfassen, was da alles so geschieht in meinem 100 Abonnenten-Special. Denn eines kann ich sagen, das würde euch auf jeden Fall sehr interessieren, dieses Abo-Special. Weil ihr habt auf jeden Fall alle was davon. Also die auf jeden Fall dann mitmachen werden. Wir sind ja wieder dran, hier unser Feld zu gießen. Ja, gieße ich die Vogelscheuche. Auf jeden Fall. Gucken wir gleich mal, dass wir irgendwas hinbekommen. Gucke ich mal gleich auch mein Inventar-Ding. Ob wir schon eine Kartoffel in diesen Pelikan-Town reingestan haben oder nicht. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Gucke ich mal gleich mal nach. Ja, hatten wir schon. Jetzt fehlt uns mal die grüne Bohne. Ah, ich will da gucken. Das eine hatten wir schon abgeschlossen. Okay. Dann können wir die Kartoffeln wieder wegtun, weil wir die verkaufen können. Haben wir unsere Angel dabei? Nein! Okay, dann werde ich die mal holen. Hattest du heute gedacht, dass wir mal angeln gehen? Waren wir noch gar nicht gewesen so richtig. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe das schon mal getestet. Mit meinem anderen Account. Und das ist verdammt schwer. Aber ich hoffe, dass wir das heute hinkriegen mit dem Angeln. Etwas Energie haben wir auf jeden Fall noch. Ja. Oh. Das sind Bären. Die können wir auf jeden Fall auch mitsammeln. Wie in der letzten Folge. Oh. Stein. Und Muscheln. Die können wir auf jeden Fall auch noch gebrauchen. Ich weiß nicht, ob wir das schon frei haben. Nein, das ist ja das eine. Fisch. Ja, genau. Hier mit dem Fischen. Hier, da seht ihr. Da haben wir schon die zwei reingesetzt. Das können wir noch gebrauchen. Und die dann noch. Die Kockel. Wenn wir die finden. Aber trotzdem. Die andere Sachen können wir mitnehmen zum Verkaufen. Hier rüber kommen wir erst mit. Cool. Haben sogar noch die 300 Holz dabei. Perfekt. Ich habe einfach nur just for fun. Jetzt einfach mal gedacht. Komm, gucken wir mal. Aber die Korallen hier. Ich glaube, die könnten wir auch noch gebrauchen. Weiß ich. Ja, bin ich jetzt nicht. Ach, wir haben noch Platz im Inventar. Heute mal ein bisschen Angeln angesagt. Oh. Ach. Mist, zu spät. So. Das ist nicht so einfach, wie es scheint. Ach. So ein Mist. Ach. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Guck mal, dass wir hier vielleicht was angebissen bekommen. Hallo, Möwe. Ah, da hat was angebissen. Ja, 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 ja. Juhu. Wir haben unseren ersten Hering gefangen. Aber den brauchen wir eigentlich gar nicht für die Liste. Ich habe extra so eine Liste gemacht mit den Fischen, welche wir angeln müssen für das Pelikantharnhaus. Wir haben unseren ersten Schatz geangelt gehabt. Oder doch nicht. Das sah erst noch den ersten Schatz aus, aber... Oh, sogar Max geschafft. Ah, der ist doch... Easy. Wieder ein Hering. Mann, kriegen wir endlich mal... Oh. Wir haben noch kein Level beim Angeln. Der war ja gerade easy zu fangen gewesen. Aber hallo. Ja, der ist auch dran. Perfekt. Eine Sardine. Wie cool. Die können... Das weiß ich. Die können wir auf jeden Fall abgeben im Pelikantharnhaus. Da werden wir mal einige Sachen hinbringen. Bevor wir unsere ganze Energie aufbrauchen. Oh, haben wir mit ihr schon mal geredet? Wir hatten da noch die... Drei Leute müssen wir noch kennenlernen. Hm. Ich weiß auch nicht, wer das alles ist. Oh, cool. Wir können... Oh, das ist Mittwoch. Ist geschlossen. Schade. Sonst hätten wir ein paar Damen noch kaufen können. Für unser Feld. So werden wir hier hingehen, weil wir an den Aquarium müssen. So, an den Bantel. Da hatten wir den und den... Da kamen noch die Musel rein. Die anderen haben wir leider nicht gefangen. Ach, was drück ich denn da? Irgendwo hatte ich den Hering doch gesehen gehabt. Nicht... Die Sardine. Seht ihr? Tada! Der ist eine Sardine. Weil der Hering ist... nirgendwo dabei. Ich seh grad, wir haben noch eine Gehode, die wir abgeben können. Ach, es war ein erfolgreicher Tag heute, würde ich sagen. Drei Fische gangelt. Umso länger man das machten, umso öfter ist es einfacher. Und ihr könnt später auch beim Tücher eine bessere Angel kriegen. So. Jetzt haben wir wieder was. Gucken wir, was wir im Museum abgeben können. Donetto Museum. Cool. Das ist staunt. Eine Sache wenigstens abgegeben. So, werden wir halt andere Sachen wegbringen. Wir haben kaum noch Energie. Ja, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei diesen 100-Abo-Special dann, wenn es soweit ist, auch reinschaut. Und bei meinen anderen Let's Plays natürlich auch. Ich hab mir jetzt auch vorgenommen, eigentlich so gut wie es geht, jeden Tag ein neues Let's Plays hochzuladen. Verschiedene halt, immer. Aber was es immer wirklich wird, das kann ich nicht so sagen. Da ich auch gucken muss, wie es zeitlich passt. Heute passt es auf jeden Fall mit Stardew Valley. So, da ist die Folge jetzt auch wieder vorbei. Und ich hoffe, ich schalte beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Stardew Valley, Oriental Blind Forest oder Remember Me. Weil die sagen, bis zum nächsten Mal.